Es war ein kolossales militärisches Desaster. Wir werden bis zum Äußersten gehen. Wir werden uns niemals ergeben. Der Befehl ist ergangen. Wir müssen nach Dönkirchen. Klar, bei Achterleine. Was machst du denn? Du weißt, wo wir hinfahren. In den Krieg, George. Ich werde nützlich sein, Sir. Einer von uns! Er ist hinter mir. Und ich hinter ihm. Das Schiff wird gleich auslaufen. Weiter nach unten. Hier, klar. Alles klar. Torpedo! Torpedo! Die müssen uns mehr Schiffe schicken. Mit jeder Stunde stößt der Feind weiter vor. Sie setzen jetzt zivile Boote ein. Zivile Boote? Wir brauchen Zerstörer. Wo fahren wir hin? Dönkirchen. Ich gehe nicht zurück. Wir sterben, wenn wir dahin gehen. Ihr seid Wochenendsegler, nicht die verdammte Navy. Ihr solltet zu Hause sein. Es lässt sich nicht vermeiden, Junge. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Jetzt wenden! Wir werden an den Stränden kämpfen. Wir werden an den Landungsstellen kämpfen. Wir werden uns niemals ergeben. Wir werden uns niemals ergeben. Wir werden uns niemals ergeben. Wo bleibt die verdammte Air Force? Wo bleibt die verdammte Air Force? Ich rede deep, es wird vom Abraum interesse.